Hallo. Hallo. Okay, Leute, wir gehen weiter und, äh, schauen, was hier ist. Achso, ja, toll. Ich muss rennen, okay. Run! Run, 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 run. Der ist hinter mir. Ich merke es. Ich spüre es. Okay. Jetzt muss ich den aber noch gerne da weglocken. Also, ich muss, ich möchte... Der stört mich, wenn er da stehen bleibt. So, so ein bisschen. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Ähm, haut der ab? Na, gucken, wie weit er geht. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt noch klappt. Puh. Oh, das war so knapp. Okay, Leute, ich bin froh. Letztes Fäckelchen anzünden und dann sind wir vielleicht fertig am Scrab-Anch-Tempel. Je nachdem, wie schwer das jetzt noch wird. Fängt ja schon mal gut an. Okay, Scrab über mir. Oh mein Gott. Scrab unter mir, Scrab hinter mir. Wow. Ähm, komisches Geräusch in meinem Ohr. Okay, nur MSN. Hallo, meine Freunde. Was macht ihr da? Ah, Hilfe. Achso, da ist verwandt. Muss ich euch irgendwie... Oh mein Gott. Ah, ich erschrecke mich immer so. Ich erschrecke mich immer so, wenn die plötzlich angestürt kommen. Aber ich dachte, der wäre jetzt aus dem Raum. So nach Motto, aus dem Raum, aus dem Sinn oder so. So aus der Art. Ähm. Das war nicht cool. Der ist viel zu nah. Der ist viel zu nah. Der ist viel zu nah. Okay, ich habe eine Idee. Ich möchte nur wissen, ob da unten was ist. Okay, äh, das war eine sehr vagemutige Aktion, wollte ich mich nicht meinen. Ähm. Scheiße. Oh mein Gott, ich habe das doch überlebt. So viel Dummert bist du eigentlich... Egal, ähm. Das fand ich jetzt... Ich dachte, da rechts aktiviert man höchstwahrscheinlich wieder mal nur den Fahrstuhl. Oh mein Gott. Kumpel. Boah. Was war denn das? Ich erschrecke mich jedes Mal hier. Ist ja jetzt immer noch da drauf. Ne. Gut. Boah. Hier unten ist übrigens der andere Geheimgang, nur so nebenbei. Ich zeige euch nur mal, wo der wäre. Aber wie gesagt, ich werde ihn nicht machen, da der... Das ist auch ein ziemlich schwieriger Geheimgang. Und ich möchte das nicht alles nochmal machen. Da unten ist der Geheimgang. Drei Mudakons sind da. Aber ich komme später in Rout of Arms auch dazu genug, Mudakons zu retten. Für unser gutes Ende. Glaubt mir, Leute. Glaubt mir, Leute. Glaubt mir, Leute. Okay. Kämpft. Ist mir scheißegal. Ich will einfach hier weg. La la la. Achso, die kommen für mich wohl nicht hier hin. Okay. Ey, Leute. Wir haben es. Banane. Banane. Yay. Wir haben alles angezündet und können jetzt ins Nest gehen. Das ist so unglaublich tiefgründig, der Scheiß. Ach, danke. Okay. Go inside, inside, inside the maze. Yeah. Okay, Leute. Wir gehen nun zum Finale des Scrabanischen Tempels. Erkunde aus der Ferne. Ferne. Ja, ganz cool. Das müssen wir nicht machen, aber wir machen es. So, wir gehen hier hinten lang, um zu erkunden, was wir alles machen müssen. Unten müssen wir gleich langrennen. Jetzt können wir schon mal sehen, vor was wir alles da vorne rennen müssen. Ihr seht hier unten, das wird ein Spaß. Unten, ach ja, Gott. Der Scrabanische Tempel findet sein Finale. Wir müssen dann hier einfach schön weiter rennen, weiter rennen und da hoch. Ja, wo führt mich das hin? Wir müssen also nach rechts hoch, um den Fahrstuhl zu betätigen. Dann, wenn wir hier oben sind, weiter nach rechts rennen, nehme ich an. Ja. Dann den Fahrstuhl hoch. Okay. Soweit auch klar. Entweder nach ganz oben oder nur noch zur Mitte. Ich nehme mal nach ganz... Na ja, nach oben wissen wir. Sieht jedenfalls so aus. Weiter rennen, springen, dann gerollt und dann weiter immer nur rennen. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Und da ist Ende. Okay, Leute. Das sollte zu schaffen sein, oder? Auf geht's! Das war der Kriegsschrei. Wundert euch nicht. Ähm, ja. Wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's. Hoffentlich, okay. Da kann der Scrap schon mal nicht hoch. Ähm. Gut, unten bleiben wir also richtig. Hilfe, Hilfe, okay. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Da hat der Scrap mich doch wohl nicht etwa verarscht? Mein kleiner Freund. Mein kleiner roter, spitzschneuziger Freund. Der hat mich verarscht, nämlich er stand einfach oben. Warum zum Henker geht das? Egal. Wir rennen weiter. Wir versuchen es noch einmal. Auf ein zweites. Das war scheiße. Das war sehr scheiße. Ja. Gut. Zweiter Versuch. Over. Okay, Konzentration. Nochmal mein Kampfschrei. Oh, der hört sich so schlecht an. Okay, sorry. Ähm. Egal. Hauptsache, wir rennen hier weiter. Okay. Am Stück. Und jetzt muss ich aufpassen. Wow. Wow. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt auf einmal nichts mehr. Ach, egal. Hilfe. Okay. Das hätten wir auch so. Jetzt müssen wir nach oben, nehme ich an. Ah. Ah, okay. Hab verstanden. Ähm. Ah. Ja gut. Ähm. Ich muss vom Fahrstuhl dann da hochspringen. Und dann weiter rennen. Jetzt hab ich's aber. Yeah, ja. So, okay. Auf ein... Welcher Versuch ist das, der vierte oder der 50 aufgehört zu zählen? Hahaha. Yay. Der Scrap folgt mir. Woo. Woo. Ich hab so eine anziehende Aura auf mich. Den kann kein Scrap kann mir widerstehen. Har. Oh mein Gott. Was ist heute los? Egal. Wir rennen weiter. Und wir rennen weiter. Und immer weiter. Weiter, weiter ins Verderben. Okay. Gut, beim Sprung kann er uns scheinbar nicht killen. Wow, 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 wow. So. Jetzt, ähm, hoch und dann weiter rennen. Okay. Weiter. Wow. Oh mein Gott. Nein. Wow. Wow. Okay. Gut. Wir haben so gut wie geschafft. Jetzt müssen wir nur noch da links den Hebel irgendwie aktivieren. Okay. Oh mein Gott. Ich hab ihn umgebracht. Scheiß. Och man. Sowas hasse ich. Warum muss ich ihn töten? Und sowas hasse ich noch viel mehr. Warum trifft der Stein mich, während ich da stehe? Toll. 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 Oh mein Gott. Der Stein. Na gut, wenn ich mal so ein fetter Stein aufs Knie fallen würde, würde ich, glaube ich, auch nicht mehr stehen. Trotzdem. Was soll das? Das ist ein... Toll. Ich hab's so gut geschafft bis hier und jetzt passiert mir so ein Müll. Okay, nochmal. Ja. Sehr gut. Sieht gut aus. Möchte ich meinen? Meine ich. Sage ich. Ähm. Ja. Alles kaputt hier. Okay. Wir rennen weiter. Ah. Hilfe. 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 Okay. Wir sind wieder hier. Diesmal schaffen wir's aber, oder? Okay. Ähm. Jetzt möchte ich den Scrap da bitte weghaben. Tut mir leid, Scrap. Ich mag es nicht, wenn ich sowas tun muss. Wow, Hilfe. Boah. Ich hab Angst, so weit zu rutschen. Ach, jetzt sterb ich wieder und... Naja. Ah, okay. Nein! Nein! Was zum Henker? Was zum... Warum? Okay. Ich bin jetzt ganz still. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Da ist ja auch scheiße. Nein, egal. Komm. Oh, was sollte das? Jetzt zwei dämliche Tode. Unverdiente meiner Meinung nach. Tode hintereinander. Gut, der Scrap springt zwar jedes Mal durch mich durch, aber das scheint Ape egal zu sein. Ape ist nämlich der Apeinator, der Modalken Terminator. Mudakinator! Fast sowas ähnliches wie Akinator. Hilfe. Und rennen. Boah, gut, jetzt hab ich's aber langsam mal raus hier. Jetzt sollte mir so'n Scheiß nicht mehr passieren. Hallo, 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 hallo. Run, 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 run all over the world. Rocking all over the world. Okay, mein kleiner Scrapinator-Freund. Komm zurück, ich muss dich leider vernichten. Bounce. Gut, schade, bringt nix nochmal. Okay. Ich hab jetzt mal Angst, wenn ich da oben dran hänge. So. Jetzt hört der Scheiß auf. Ich kann mich jetzt da oben dran hängen und jetzt in aller Ruhe da rüberspringen. Wow, ein Wunder. Das war ja eine schwere Geburt, aber egal, wir haben's geschafft. Oh, Leute. Wir haben den Scrabanischen Temp. Wir haben Scrabania durch. Wow, 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 wow. Ich hab's überstanden, so glaubte ich fest. Da offenbart mir das Gesicht den Sinn hinter dem Test. Beide Narben zusammen, auf dem Rücken der Hand, können Rupture Farms schließen und erretten unser Land. Gut, da war grad ein Spiel-Sinn-Fehler. Habt ihr gesehen, auf deiner anderen Hand war schon die Narbe des Paramonias. Aber die hab ich noch gar nicht, weil die davon ausgegangen sind. Du kommst. La- was? Weiter. Äh, okay, äh. Äh, war sie davon ausgegangen, dass Paramonia zuerst gemacht wird, weil es eigentlich auch das Erste ist, was man normalerweise macht. Egal, ähm, wir gehen noch ein bisschen weiter und gucken. Äh, ja. Das war mehr als peinlich jetzt. Los, schneller, lad, 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 lad. Wir freuen uns in Astab, jedenfalls ich freue mich in Astab. Dass wir das Geschifft, ge-geschifft, geschifft haben, geschafft haben. Ah, nur noch Paramonia und dann können wir zurückkehren zu Rupture Farms mit unseren neuen Kräften. die für euch dann leider unspektakulär kommen werden, weil wir die ja aus Apes Exodus schon gesehen haben. Aber das soll uns ja egal sein. Definitiv. Okay, Leute. Perfekt gespeichert. Leute, ich mache hier Pause. Wir sehen uns das nächste Mal bei Apes Odyssey. Ciao.